hallo zusammen ich bin es mal wieder und willkommen zu tobiquasselt165 live an einem samstag ist jetzt das zweite dritte mal dass es samstag stattfindet interaktive version ihr kennt es vielleicht seit letzter woche von daher wie ich gehe auch auf kommentare beziehungsweise hier im anmerkung im stream chat ein und wenn ihr live dabei sein wollt jeden samstag versuche ich ab jetzt ab 11 uhr damit es nicht zu früh ist versuche ich eben das ganze aufzunehmen ins erster podcast ist eben tobiquasselt ich weiß gar nicht genau warum ich auf das thema gekommen wahrscheinlich weil ich vorher kein thema hatte und weil wir gestern spontan im discord offstream darüber gesprochen haben und von meli der spruch aufkam ja wenn ihr schon drei jahre tot ich so ja stimmt ich sehe es mal wieder ich lese auch immer wieder viele glauben dass wenn jen und früher der wenn jen ist der aktuell wenn die u führt beziehungsweise bald heißt es ja jetzt so langsam als ich heißt es ja dann nicht mehr wenn die u sondern es als adventure und der grain beziehungsweise an die macht echt eine gute arbeit und ich bin nicht immer sein größter fan ich bin aber ich finde es wahnsinnig wie viel liebe zum detail da reinstecken auch wie viel arbeit letztlich und ich hoffe auch dass er davon vielleicht sogar auch hauptberuflich irgendwann leben kann weil das eine wirklich starke sache ist und ich weiß noch als wenn ihn damals gestorben ist hat es mich wie also ganz krass gesagt hat mich getroffen wie nichts anderes im öffentlichen bereich also klar wenn es ein familiärer familiäres umfeld ist oder irgendwie freunde oder bekannte wenn da einer stirbt das haut einheit um klar aber so im hinblick irgendwie auf so eine sag ich mal öffentliche person schwierig ich glaube das letzte mal dass ich wirklich emotional wirklich mitgenommen war waren die anstrengungen paris und davor vor allem der 11 september und dass ich halt sowas mit wenn ich ins tod vergleiche zeigt vielleicht auch relativ früh wie sehr mich das hat genommen hat es war halt echt so das ist nicht passiert muss dazu sagen als ich von wenn es im tod erfahren habe hat glaube ich der video das auf dem blog geschrieben muss ich spreche gleich eh noch über diese winnie und wenn ihr in zeit und über diese auch teilweise schwierigen momente aber man darf halt eins nicht vergessen dass auch wenn die beiden im clinch waren und teilweise haben die sie echt gehasst muss man einfach so sagen über einen längeren zeitraum aber ich fand es gut dass steve krömer akastavino hier dann eben doch ja ihm so ein bisschen die letzte ehre eben erwiesen hat beweisen wollte und er hat halt dann eben gesagt geschrieben wenn ihr es tot und für mich war das halt so das kann ich sein also ich habe das nicht glaubt ich war ich habe das nicht geglaubt weil der war ja vor kurzer kurze zeit war der irgendwie noch ich glaube so er hatte sogar noch ein streamer so laufen er hat zwar über seine krankheit gesprochen aber das war es halt auch und es war so total es war nicht glaubhaft für mich es war irgendwie so da will jemand irgendwie einen dummen scherz machen das hat sich total seltsam angefühlt und als ich dann halt ich glaube dieses video hier war es gesehen habe ja als das ist grain das ist andy das ist in dem sinne derjenige der sich um wenn die eu kümmert seit jetzt ja um die drei jahre jetzt fast man hat früher halt mit wenn wenn ihr zusammen hat die seite hat e geführt aber muss halt festhalten dass ja dass er halt da eher mit ihm zusammengearbeitet hat aber das eben nicht alleine geführt hat und dieses video für seine verhältnisse ist er damals sehr emotional geworden und ja ich werde es nie vergessen und was ich wichtig finde ist dass auf der neuen seite auch genau diese rubrik erhalten bleiben soll es soll eine möglichkeit geben dass leute vielleicht sogar auch noch so wie jetzt irgendwie auch jahre später noch drüber sprechen vielleicht sogar trauern wie auch immer und ich hoffe dass auch das niemals in vergessenheit geraten wird denn wenn in eu hat eine lange geschichte hinter sich und wir werden gleich ein bisschen im laufe der videos hat uns noch mal anschauen wie ist denn wie hatten das wort angefangen und was hat denn wenn überhaupt alles verschiedene also verschiedenen und verschieben konnten alles irgendwie so auf die beine gestellt weil er hat vieles gemacht und vieles ist komplett in die hose gegangen und vieles hat aber unglaublich gut funktioniert und ja in diesem video ist das in dem sondern komplett publiknummer geworden als auch der letzte verstanden denn hier mich als key also patrick ist tot und hier dank sagen der familie und so weiter und ja das ist das foto was wenn man so sagen möchte was halt hängen bleibt was was ich nicht vergesse ich glaube das war damals von der gamescom ja also wenn ihr hat ja jahrelang jede gamescom mitgemacht und ja es ist irgendwie ein schönes foto das war auch das foto was auch hinterher dann wohl auch bei seiner beerdigung die hat allerdings doch gott sei dank nicht öffentlich stattgefunden das wurde da glaube ich aufgestellt ist irgendwie ein schönes foto weil er da einfach so glücklich aussieht und wenn man sich jetzt gleich den verlauf von venians arbeit anschaut wird man sehen und immer wieder auch raushören für ihn war das halt viel arbeit aber vor allem auch viel ja spaß vielleicht nicht es war eher so ich glaube er hat das ein bisschen als berufung angesehen man muss dazu sagen er hat damals was hat er nochmal studiert gehabt soziale arbeit hat er glaube ich studiert aber er hat in dem bereich glaube ich nur kurze zeit gearbeitet das heißt dieser wo w aspekt war für ihn so wichtig dass er irgendwann wirklich in diese richtung gegangen ist und dann halt nicht mehr als sozialarbeiter oder streetworker glaube ich gearbeitet hat er hat glaube ich damals mit jugendlichen zusammengearbeitet und irgendwann hat er das dann halt aufgegeben aber ob er das studium jetzt wirklich abgeschlossen hat oder ob er noch während des studiums irgendwie gearbeitet ich weiß nicht ich weiß nicht da weiß nicht die genauen hintergründe auf jeden fall als dieser tod klar wurde und auch ich dann letztlich das verstanden habe muss man eben einfach festhalten da habe ich ein video aufgenommen nämlich tobequasselt48 das ganze ist jetzt drei jahre her und wie ihr sehen könnt hat das ding auf youtube über tausend aufrufe und ja ich meine wir können kurz reinhören weil es ist mein video da habe ich die rechte dran wenn man so möchte da hören wir kurz rein ...wohnen ja nicht persönlich das heißt man ist ja eigentlich kennt man sie ja nur aus streams und youtube videos und so weiter und trotzdem wenn man über jahre eine person verfolgt egal was die jetzt im internet macht oder im fernsehen oder was auch immer da muss man sagen irgendwann geht einem das eben schon ein bisschen nahe und ich muss wirklich sagen so blöd das klingt ich habe die letzten tage darüber nachgedacht irgendwie ey venian der 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 wollte doch irgendwie jetzt auch der hat doch glaube ich immer ein semester ferien oder so der wollte eigentlich jetzt noch streams machen was ist eigentlich mit dem ich irgendwie bin ich auf die idee gekommen und dann gehe ich gestern nacht noch es war spät und ich war aber irgendwie noch nicht so richtig müde genau also das war ein ganz ganz spontaner stream ich habe einen stream angemacht und einfach darüber gequasselt also nicht irgendwie als tobi quasselt so glaube ich einfach ich habe glaube ich nur einen stream angemacht und habe es hinterher auf youtube gestellt irgendwie so war das das war komplett spontan war irgendwann mitten in der nacht irgendwie am wochenende also ich weiß es selbst nicht mehr wann das war und ähm ja tausend aufrufe finde ich halt ist ein ganz schönes zeichen dass halt sehr gutes video hat hier einer geschrieben tolle worte irgendwie mir fehlen die worte genau und da ähm ja schönes video und so also es war irgendwie eine ganz spontane aktion ich habe gerade ich wenn ich das jetzt hochlade ich werde tot geflamed also ich habe echt gedacht die leute lachen sich halt tot machen sich halt lustig aber im großen ganzen fand ich das halt irgendwie toll zu sehen wie gut das halt angekommen ist weil ich halt wirklich da aus meinem herzen gesprochen habe und nichts anderes wer mich weiß also wer mich kennt der weiß das ganz genau einzuschätzen wenn das halt wirklich aus dem herzen gesprochen ist und das war halt damals halt so ein podcast der die ich auch nie vergessen werde den ich halt auch in jahren also in den nächsten jahren immer ansprechen werde weil der jetzt sehr sehr wichtig für mich war genau und dann habe ich halt im laufe des letzten jahres weiß nicht mehr genau wann das war ist mir halt aufgefallen irgendwie über venien da wird zu wenig ihnen gesagt und ich habe halt diese nostalgie pur ähm das war so eine rubrik die ich eingeführt habe ich habe ich habe dich gerade erwähnt meli und hey renee ich habe dich erwähnt dass du mich auf den trichter gestern gebracht hast und bist du da im discord ja ähm genau aber provision kriegst du jetzt nicht damit verdieh ich ja eh nicht viel aber okay ähm genau und ich habe da mal mit rausgesucht was sind so die interessantesten sachen die er halt je gemacht hat und er hat halt wirklich krassen scheiß gemacht und wir gehen jetzt mal ein paar sachen durch und ich hätte noch ein bisschen was dazu erzählen also hier das video war eines der videos ich finde also ist es nicht böse ich finde halt schwierig dass diese videos halt jetzt unter azeros ähm adventure halt laufen am nächsten hätte ich dass diese videos irgendwie auf einen eigenen youtube kanal kommen würden das war ja einfach so eine art erinnerung an wenn die nur so ist aber okay ähm ich meine der youtube kanal wurde halt umgestellt und so und klar man kann da keinen neuen youtube kanal aufbauen aber ich habe damit ein problem ich weiß es nicht das stimmt nicht ich habe es ganz klar gerade gesagt beiläufig gut ähm das ist ein video das hat mich auf jeden fall damals sehr geschockt er hat nämlich über seine gesichtslähmung gesprochen da habe ich gemerkt irgendwie oh der hat eine krankheit aber er hat darüber gesprochen da war hat sich noch relativ harmlos angehört also es hat sich so angehört ja das kriegt er beim griff und der arzt hat ihm das und das irgendwie angeraten also ich weiß nicht keiner weiß ja genau man muss dazu sagen keiner weiß wodurch er gestorben ist ob es selbstmord war ob es einfach eine krankheit war es weiß keiner und ich hoffe auch dass es niemals rauskommen wird weil uns das letztlich einfach nichts angehen wird kann man natürlich sagen ja aber irgendwie haben wir schon recht als community zu wissen ja aber eben nur zu teilen also wenn die familie es nicht preisgeben möchte und die haben sich eben dagegen entschieden hoffe ich dass es niemals rauskommen wird ach ja genau so war das irgendwie ja sein arzt hat auf jeden fall gesagt irgendwie es ist eine gesichtslähmung aber wohl nichts schlimmes also wir wissen immer noch nicht genau was letztlich eben dann den tod eben ausgemacht hat gut ähm nächstes video was ich interessant fand also wie gesagt das ist halt jetzt alles ein bisschen durcheinander gewürfelt war dann halt sowas wie seine spekulationsvideos ich meine ihr kennt das vielleicht von mir ich mache ja auch so ähm talks meistens irgendwie und überlegt mir so ja was könnte das neue addern sein in ww was ist vielleicht in gewisser weise ähm auch der nächste patch was könnte es beinhalten und er hat sowas halt des öfteren gemacht und er hat meistens irgendwelche coolen leute dazu geholt ich weiß gar nicht mehr wie der hieß aber der hat diese ganzen lore blogpost geschrieben und er hat das unglaublich gut gemacht ich weiß gerade nicht mehr genau wie er heißt ich weiß auf jeden fall noch der hat damals ähm ne komp also wirklich eine komplette storyline für ein neues addon hat der in dem so aufgeschrieben werde ich nie vergessen das war so krass das hat sich so gut angehört so ein bisschen in die richtung wie heutzutage kurz vor einer ähm discon wie dann halt diese leaks rauskommen die sind ja teilweise ja eben auch nicht werden ja nicht so eins zu eins letztlich eben genauso dann eben realisiert das ist auch dann eben auch ein bisschen wunschdenken oder ein bisschen ähm fan fiction aber ähm ja der hat das eben ganz gut gemacht und zusammen mit dieser person die auch immer der destiny nummer heißt hat der eben viel irgendwie auch spekulations videos aufgenommen das habe ich persönlich immer sehr gemocht ich mag es halt einfach wenn man sich so ein bisschen halt überlegt in was für eine richtung könnte es gehen und von daher war das auch ein cooles video das nächste video ich meine das sind halt videos da können wir gleich reingucken aber ähm das war halt hier irgendwie deep shades klärt auf allein der titel ist schon wieder so typisch venian darum habe ich serenity verlassen das ist so typisch venian und jetzt komme ich mal darauf zu sprechen warum ich denn venian damals so interessant fand er hatte nämlich einen aspekt und das hat ihm in dem Sinne keiner genommen er hatte als früher progress raider er hat ja die gilde eben ähm wie hieß sie hier nochmal wo war sie hier oben eins der ersten videos war ich glaube das hier war es was am anfang genuin kam später aber wie hieß nochmal seine genau in harmony er war ja der der gildenmeister muss man dazu sagen genau und ähm er hat also damals progress geradet ja man sieht ja hier in harmony ähm kill jaden ich glaube das war was german first ich bin mir nicht mehr sicher auf jeden fall einer der einen der ersten war es waren die ersten die im deutschsprachigen raum halt kill jaden damals in böllngriszeit gelegt haben wir schauen da mal kurz rein ja aber da komme ich gleich dann drauf zu sprechen es geht nur darum ähm wieso diese seite überhaupt entstanden ist ganz wichtig und das hängt halt letztlich mit seiner eigentlichen haupt eigenschaft zusammen beziehungsweise mit dem was er letztlich irgendwie als fast einzigartig in ja was so ein bisschen sein sein hauptaspekt oder sein haupt schwerpunkt war nämlich er hatte immer die connections zu den absoluten topgilden im deutschsprachigen raum und teilweise auch im internationalen raum ähm und dadurch konnte er halt auch mit leuten sprechen und sich infos einholen in der zeit in der es noch eine black box gab weil wir erinnern uns die world first race sahen ja so aus über jahre hinweg dass wir immer nur auf real world progress schauen konnten und ein bisschen irgendwie stalken konnten die leute sind teilweise nicht eingeschlossen sind aufs server eingegangen haben level 1 charts erstellt um zu sehen sind die gerade noch am raiden so ungefähr in die richtung und äh genau so ist es halt abgelaufen und zu dem Zeitpunkt gab es halt noch keine world first streams und es gab einfach nicht diese diese insights in das eigentliche raid geschehen und er war in dem Sinne die person die genau diese kenntnisse hatte das heißt er wusste nicht nur wo die gilden stehen an welchen bossen weil er wusste teilweise auch wo es drama gab so ungefähr ja also bei welchen bossen das zum Beispiel nicht funktioniert hat welche gilde welche ähm welche spiele abgeworben hat und so weiter und das war für mich der aspekt den kann ich zuvor so nicht also ja ähm ich hab mitbekommen dass irgendwie dieses world first race stattgefunden hat weil in ich muss sagen in burning crusade ähm war ich halt was das anbelangt noch nicht wirklich interessiert am ganzen ähm dieses gesamte interesse an an diesem race ist eigentlich erst durch venin entstanden also vor allem im deutschsprachigen raum aber auch generell weil er hat so ein bisschen einfach so ein bisschen diese black box eben aufgemacht er hat so ein bisschen dahinter ähm schauen lassen und ähm wie man hier sehen kann er hat damals warlock gespielt hier im fight gegen kill jane ja krassestes gameplay ever shadow boats beim bis zum geht nicht mehr willkommen in burning crusade ähm genau und ähm dann hat er für er hat dann letztlich irgendwie eine neue gilde dann nach in harmony aufgemacht und diese hieß genuine und für diese hat er eine seite ne genau entropy entropy war hinterher eine eine ähm ein merch aus in harmony und irgendeiner anderen gilde ich weiß gerade den namen nicht mehr und für die sollte er jetzt ähm guides aufnehmen ja nihilum war so groß das stimmt ähm wenn ich schreibe es gerade nihilum war so groß zu dem damenigen zeitpunkt ähm also sprich der world first das war ja die gilde ähm also sprich nicht nihilum sondern äh wie hieß es war es nihilum den crusade ja ja doch klar es war nihilum ähm aber im deutschsprachigen raum war es halt vor allem halt in harmony und ich weiß wie hieß die andere gilde ich weiß gerade mehr ja ja genau also im im internationalen raum war halt nihilum immer die beste gilde das stimmt ja zu dem zeitpunkt aber im deutschsprachigen raum ähm gab es halt gerade in harmony und noch ein paar andere gilden und nachdem halt in harmony dann eben ähm sich aufgelöst hatte hat er dann in WOTLK haben die eine äh gildenzusammenführung gemacht ich weiß gerade nicht mehr die zweite gilde die es war auf jeden fall hieß diese gilde entropy das ist dieses video hier das ist das algalon video und hier muss man dazu sagen er wurde dann gesponsort also er hat wirklich geld dafür bekommen für eine homepage die haben ihm also eine homepage erstellt und das hieß diese homepage war von gportal ich glaube das war sogar eine die haben ihm glaube ich so um die 2.000 bis 3.000 euro glaube ich damals zur verfügung gestellt also so viel hat die homepage gekostet und entropy wiederum war irgendwann schnell relativ schnell kaputt also die gilde hat sich aufgelöst hier sieht man gerade im vanyons eigentliche neben dem paladin war das seine absolute hauptlieblingsklasse nämlich er hat ja immer druide gespielt und ähm komme ich später noch darauf zu sprechen wenn es darum geht irgendwie so ein bisschen was so sein markenzeichen war aber er war vor allem druide ähm vor allem bärendruide also er hat eigentlich fank gespielt in den meisten fällen und genau und hier ähm ist das eben algalon guide und diese hat er eben diesen guide hat er für entropy gemacht und als er entropy ripped war relativ schnell ich weiß nicht ob er wirklich druck bekommen hat aber er hat oft drüber gesprochen auf jeden fall hat er sich verpflichtet gefühlt irgendwas mit dieser mit dieser seite zu machen weil die eben wirklich viel geld gekostet hat und du kriegst ja nicht irgendwie 2.000 euro zur verfügung gestellt und eine komplett neue seite da heißt es so ja sorry gilde es ripped und könnt das geld in dem Sinne wieder äh äh könnt mit der seite machen was ihr wollt deswegen hat er denen gesagt okay oder für sich entschieden ich mach daraus irgendeine seite ich weiß nicht mehr ob wir das noch finden allerdings weiß noch ganz genau dass das wirklich ein blog war so wie mein blog aber in sehr rudimentärer art und weise also er hat eigentlich angefangen ähm diese seite zu erstellen die hieß halt venian was die allererste version ich glaube es das ist auf jeden Fall alle eine der eine der ersten versionen wenn die EU hat sich ja oft verändert aber entscheidend war dass dieses lila diese lila farbe war ja immer sein markenzeichen das darf man nie vergessen also das war venian und ähm genau ich glaube es war sogar ein eine der ersten versionen und er hat halt ich werde es nie vergessen ich bin irgendwie auf die seite gekommen durch zufall ich weiß auch nicht mehr genau warum ich bin also durch venian letztlich über also durch venian bin ich an stevenio gekommen weil stevenio kann ich vorher nicht weil ww-szene vor allem alimania weiß nicht da hatte ich nichts mit zu tun es gab damals irgendwie ein classic schon irgendwie weiß ich noch im team speak irgendwie hier tobi hast du schon von so einem hörspiel gehört ich so ne ja geht um ww ok aber hat mich nie wirklich interessiert aber irgendwie bin ich auf diesen blog gekommen es war einfach nur ein blog so wie karlsboll.eu war es ein blog und er hat über was geschrieben und ich glaube der allererste beitrag den ich von ihm gelesen habe war damals nach dem motto irgendwie warum sich die deutschen gilden irgendwie nach und nach auflösen und warum es so auch so ein bisschen beef zwischen einzelnen gilden gibt also irgendwie so in richtung irgendwie warum das deutsche ähm high end race oder so irgendwie weiß ich nicht dem tode nahe ist irgendwie es war auf jeden Fall ein kritischer text er hat da wirklich sehr kritisch darüber berichtet und hat so einfach so paar gedanken irgendwie dann auf die auf die seite gebracht in den blog post und er hatte halt das muss man jetzt sagen da ich das hier halt einfach die connections hatte sind halt auch mehrere leute auf seine seite eben aufmerksam geworden jo alles gut viel spaß und danke dir ähm und von daher das hat er halt so gelassen und da hat er gedacht okay wenn er sowieso die seite hat und wenn er über dieses sag ich mal diese wo w oder vor allem raiding community im deutschsprachigen raum schreiben möchte dann könnte er doch diesen blog einfach so ein bisschen abwandeln und da hat es halt angefangen mit der zeit dass er irgendwann dann halt ja das war ja WTLK und dann ging es halt los weil wenn hier in EU ist so richtig entstanden durch eines nämlich durch die betashow damals ähm äh Karl schreibt gerade ob Stavinho ihn nicht eher für die breite Masse bekannt gemacht hat für die breite Masse ja aber Vanian war vorher schon bekannt eben ähm im ähm im Raids äh Universum oder so möchte also ja viele sind durch Stavinho auf Vanian bekannt also ähm weiß nicht die haben so ein bisschen das erste Mal von von Vanian gehört aber zumindest eben ähm in der Raiding Scene da war er vorher schon bekannt das muss man halt so sagen und vor allem war er deswegen bekannt weil es eben genau das hier gab wo sind die ersten Videos nämlich das hier Vanian's Cataclysm Beta Show ihr erinnert euch vielleicht das war das allererste Video ähm das war die erste Beta Show überhaupt und die hat halt dann eben in Cataclysm angefangen und ich werde es auch nie vergessen ähm er hat auch teilweise also er hat ja auch Jahre später noch drüber gesprochen dass eben das irgendwie peinlich war weil er einfach so viele Irms und so von sich gegeben hat aber er hat einfach ich weiß nicht glaube ich hat einfach Aufnahmen angemacht und hat einfach darüber gesprochen irgendwie und dann ging das halt immer weiter diese ähm diese Beta Show wurde halt einfach immer beliebter er hatte ich weiß nicht ich glaube es gab zu Cataclysm damals gab es 150 Ausgaben oder so auf jeden Fall sehr sehr viele und spätestens dadurch ist auch Stavino auf ihn Aufmerksam geworden weil er hatte mit Vennion glaube ich zu der Zeit relativ wenig am Hut aber man muss halt wissen dass Stavino ja damals diese ähm WoW Nacht hatte und am Anfang war es halt so ich kannte die alte WoW Nacht aber nicht das war so ein bisschen live irgendwie im Stream also beziehungsweise die haben ja die haben das Ganze irgendwie per Video gemacht aber irgendwann hatte Stavino keinen Bock mehr drauf und wollte es nur noch als Audio in dem Sinn machen das heißt er hat eigentlich ein Radio daraus gemacht eine Radiosendung und diese Radiosendung war äh Sendung war eigentlich glaube ich dann jeden Freitag abends und ich weiß noch ich glaube ich habe es sogar noch über WinApp laufen lassen ich glaube irgendwie so war es und ich werde nie vergessen wie ich es erstmal reingehört habe und ich kannte halt wie gesagt Stavino vorher nicht ich habe nur davon mitbekommen weil wir in den Venian das irgendwie erläutert hat und ich weiß noch ganz genau wie ich da reingehört habe und es ging irgendwie los mit äh diesem Trash Talk zwischen ähm Stavino und Venian und ich habe diese WoW Nacht 2.0 glaube ich hieß sie damals extrem geliebt ich habe alles was so ähm diese Audio Version anbelangt wirklich extrem gefeiert ich fand das alles super spannend und vor allem weil diese beiden Charaktere einfach so unterschiedlich waren Venian war halt eher so der wie soll man es sagen also er hat vor allem Venian für die WoW-Nacht reingeholt ähm weil er wusste dass Venian eben die Expertise hat eben auch was das Raiden zum Beispiel anbelangt oder auch einfach was so Community Arbeit anbelangt ja allein schon durch die Cataclysm Show durch die Beta Show hat er das halt alles in dem Sinne an ja er hatte die Expertise einfach und Stavino wollte halt nicht nochmal so viel Arbeit haben wie damals eben mit der WoW-Nacht 1 ja also da hat er ja sich fast um alles gekümmert mit ähm mit Alimania und so weiter das wollte er halt nicht nochmal und deswegen hat er dann eben gesagt okay Venian kümmere dich ein bisschen darum und er hat halt oft muss man einfach so sagen gerade später er hatte auch nicht mehr so richtig Bock auf das Format aber zu Beginn haben die beiden extrem gut harmoniert und es hat einfach auch gut funktioniert genau jetzt lesen wir mal kurz was hier im Chat äh steht steht ja genau ähm den Droiden den man gerade im Video gesehen hat hier in dem ähm Guide zu Algalon das ist genau der Droide den er da verloren hat genau den Account äh den hat er glaube ich damals verkauft oder irgendwas ich weiß auch nicht mehr auf jeden Fall das war der Droide ja 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 genau ja das war der hatte unglaublich viele Playtime damals auf dem Charakter richtig genau und dann waren wir eben bei dieser WoW-Nacht 2.0 und jetzt kommen wir zu einem Aspekt den halt viele auch Jahre später noch ansprechen warum das Ganze so gut funktioniert hat mit der WoW-Nacht war eben es war zwar eine eine Audiosendung oder so möchte also eine Radiosendung aber sie haben halt immer so Live-Events gemacht und eines dieser Live-Events war zum Beispiel irgendwie so eine Art Gnome-Event jetzt muss man dazu sagen äh das ist jetzt für das Davinio-Verhältnis ist es damals nichts Neues gewesen weil die sowas schon in Classic eben gemacht haben aber ich persönlich kannte das ja nicht ich bin ja wirklich erst durch die WoW-Nacht 2.0 erst durch Vinion überhaupt auf Stavino aufmerksam geworden die meisten da gebe ich gerade recht werden wahrscheinlich eher Stavino gekannt haben weil Stavino WoW-Szene war damals die größte bekannteste und einfach auch beliebteste WoW-Community Seite ist halt einfach so egal wie man zu Stavino auch heute noch steht ich rede ja oft auch über ihn und ich bin ja auch oft kritisch aber man darf nicht vergessen das war die Seite unglaubliche Aufrufzahlen ähm kann man nicht wirklich mal also es gibt glaube ich nichts heutzutage nicht mal mehr wenn die EU was in diese Richtung geht von daher ja und dann haben die beiden eben zusammen eben diese ähm Radiosendung gemacht und sie haben halt immer solche ähm ja In-Game-Events halt auf die Beine gestellt und jetzt muss man dazu sagen Stavino wollte damals aber nicht mehr das hat er selbst gesagt er hat nicht mehr so Bock das alles zu organisieren von daher hat es halt zu einem Großteil Wendian alles gemacht er hat sich so ein bisschen die Konzepte ausgedacht und unter anderem haben sie dann eben so eine Art Gnome-Event hier irgendwie auf die Beine gestellt das war auch ziemlich lustig hab ich auch glaube ich damals irgendwie äh hab ich auf jeden Fall mitbekommen und dann sollten halt die Gnome irgendwie dann halt ähm ja so eine Art irgendwie Raid auf die Beine stellen das war schon ziemlich lustig und ähm genau also sprich Stavino hat einfach nur das weitergemacht was halt damals schon der Fall war er hat das weitergeführt und für Wendian war es halt eine gute Möglichkeit halt ich meine klar im Nachhinein muss man natürlich dazu sagen beide Seiten haben hier auch eine Win-Win-Situation gesehen das dürfen das darf man nicht vergessen es war für beide Seiten eigentlich etwas Gutes Stavino hatte dadurch so ein bisschen mehr ähm ja ein bisschen mehr Möglichkeiten für seinen Blog weil damals hat ja ich glaube ähm den Blog von Stavino gab es damals nicht wirklich also er hat da so langsam mit angefangen wobei doch den Blog gab es aber er hat da angefangen so langsam hier ähm Stavino Talks anzufangen ich glaube es gab noch kein Stavino Talks als ähm es diese W.W. nach 2.0 eben gab von daher er konnte sich auch was Neues eben diesen auslegen und er hatte halt Venian der zusammen mit ihm eben das Ganze so ein bisschen auf die Beine gestellt hat und die hatten halt einfach immer auch interessante Gesprächsthemen weil zum Beispiel Venian hat da irgendwie sich ein Thema ausgedacht und da hat dann Stavino meistens irgendwie so ein bisschen so wie heute noch irgendwie über die Good Old Times gesprochen in dem Falle meistens über Classic oder auch Burning Crusade eher Burning Crusade als Classic wenn ich ehrlich bin und ähm ja das hat eigentlich ganz gut funktioniert Problem ist nur irgendwann ist es zu einem Zerwürfnis gekommen und dieses Zerwürfnis kennen ja wahrscheinlich auch die meisten und hier sind definitiv beide Seiten schuld das haben sie aber auch immer gesagt Venian hat nie einen Hehl daraus gemacht dass er sich damals auch wie ein Arscher genommen hat Stavino hat er hat ähnliches gesagt Problem war nur ich hab ja angesprochen dass ähm Venian eben diese ähm Beta Shows gemacht hat und er hat hinterher dann auch ähm für die WoW Szene Seite also für was Stavino ich weiß nicht mehr genau wie der YouTube Kanal heißt ich glaub wahrscheinlich einfach Stavino.de ähm oder Stavikulas einfach für den YouTube Kanal für die ähm für den Blog in dem Sinne oder fürs Just Network hat er dann die Videos aufgenommen er hat teilweise Guides gemacht und so weiter und so fort er hat aber schon relativ früh zu Stavino gesagt so nach dem Motto ja Stavino ich find's halt nur schade dass halt die ganzen Videos und so dass die dass die nicht so richtig irgendwie ja ähm er möchte die irgendwie besser abspeichern können und Stavino hat gesagt ja okay kannst du machen ähm du kannst die auch auf deinem YouTube Kanal hochladen aber dann bitte immer noch mit dem Verweis irgendwie das ist nur ein weiß ich nicht das ist nur der zweite Kanal der Hauptkanal oder das Hauptvideo findet ihr dort und dort und vor allem ging's darum dass halt WoW Szene und so weiter und vor allem natürlich auch damals der Sponsor MMOGA da eben eingeblendet wurde und mit der Zeit haben sich beide so ein bisschen eben entfremdet und es ging halt darum dass halt Stavino das Gefühl hatte Venian will hier Fame werden und er nutzt halt Stavino aus und in gewisser Weise hat Stavino da auch recht gehabt natürlich hat Venian die Reichweite von Stavino ausgenutzt wenn er das behauptet wer sagt nein Venian hat es nicht gewollt das ist falsch also Venian wir kennen ja Venian vor allem als die sag ich mal Öffentlichkeitsfigur aber er wird auch im privaten anders gewesen sein ja im privaten Umfeld vor allem also was sag ich mal die Beziehung zu Steve Krömer aber Steve wird auch mit ihm anders gerät haben als dann halt sag ich mal die Streams offline waren oder halt die Radiosendung also die haben beide einfach Fehler gemacht und es war schade ich weiß auf jeden Fall noch dass halt beide Communities gegeneinander also dadurch dass halt er hat diese Videos dann auch auf seinem Kanal eben auf Venian EU hochgeladen und dadurch ist er halt immer bekannter geworden das heißt er hat eigentlich zwei letztendlich er hatte zwei Möglichkeiten bekannter zu werden einmal sein Blog also Venian EU und letztendlich natürlich vor allem seinen YouTube Channel und auf der anderen Seite wiederum dann die Bekanntheit eben durch Stavino und durch die Videos zum Beispiel dann eben für das Just Network ja klar ich ehrlich weil ich schreibe es gerade irgendwie beide erzählen halt die Story so wie sie es für richtig halten genau der erste Venian hat mit vielen schon Stress und so das ist richtig ja es ist halt aber man muss auch sagen Venian war halt auch nicht die einfachste Persönlichkeit das hat er auch nie also er hat nie gesagt irgendwie er hätte alles richtig gemacht und so weiter er hat immer gesagt ja er war auch er war auch schwierig und es ging ihm auch letztlich einfach darum so ein bisschen einfach bekannter zu werden und auf jeden Fall was mich damals sehr traurig gestimmt hat war einfach dass dann diese beiden Communities einfach wirklich das war ein Hass irgendwie ja es ist natürlich das Business und wir dürfen nicht vergessen dass Venian halt dann auch mit den Videos und mit den Bloglangs angefangen hat versucht das irgendwie er hat halt versucht das ganze irgendwie hauptberuflich zu machen oder zumindest größer auszubauen und Karl schreibt gerade das Business ja das ist Business aber dieses Business hätte halt kaputt gehen können dadurch dass eben die beiden sich dann irgendwie so entzweit haben und einfach dann jeder noch sein Ding gemacht hat vor allem die Communities einfach gegeneinander dann ein bisschen gewettert haben es war halt wirklich und viele erinnern sich vielleicht es war halt einfach es war in gewisser Weise es war ein Hass zwischen diesen beiden Communities es gab richtig richtig viel Stress und beide Seiten haben das ganze auch befeuert keiner hat so richtig irgendwie dann zurückgerudert es war jetzt nicht so dass Venian gesagt hat ja komm lass den Stavillion mal in Ruhe und Stavillion wiederum hat auch nicht gesagt lass mal Venian in Ruhe beide waren halt auf Drama aus und sie haben auch teilweise keinen Hehl daraus gemacht sie haben selbst gesagt ja und Drama hilft auch in gewisser Weise weil Drama ist Click Clickbait wenn man so möchte und von daher ob man das jetzt haben möchte oder nicht aber letztlich wenn ein Video Drama bedeutet und du hast 5000 Aufrufe ist das einfach selbst wenn es viele Dislikes hat vielleicht sogar besser als wenn das Video nur 500 Aufrufe hat von daher haben beide auch diese Drama Situation noch ausgenutzt ja ja das kann man schon so sagen die haben beide gemerkt irgendwie dass es halt dahinter einfach nicht mehr gepasst hat und dass sie sich dann nicht mehr so gemocht haben es kommt allerdings ein Aspekt dazu der aber vor allem dann für Stavillion ein ganz ganz schwieriger Aspekt war also wirklich da war er sehr sehr sauer auf Venian die beiden haben sich halt entzweit und die beide haben dann ihr Ding gemacht das war okay aber muss dazu sagen ein M-Pox ich spreche ja ich rede ja immer wieder über M-Pox weil ich den ja immer noch so feiere und weil ich halt auch seinen Podcast höre und ich verfolge alles was er macht das ist ein unglaublich guter YouTuber und ich bin nicht so also ich bin jetzt kein Technik YouTube Fan ehrlich gesagt ich gucke jetzt nicht jedes Technik YouTube Video aber von M-Pox gucke ich mir eigentlich jedes Video an und M-Pox hat damals bei einem Wettbewerb mitgemacht von Venian irgendwie da ging es glaube ich darum irgendwie ein Video zu schneiden oder irgendwie irgendwas war da irgendwas mit WoW auf jeden Fall und es ging um irgendein Video und er hat also in Anführungsstrichen M-Pox damals eben ja entdeckt und als M-Pox das halt dann für Venian gemacht hat hat irgendwann dann Stavino zu M-Pox gesagt ey ich hab hier dieses Just Gaming weil früher war es halt so Stavino hatte damals schon diese Game Tests und diese Game Tests haben eigentlich gut funktioniert aber es war halt immer seine Arbeit und noch einmal genau wie mit dem Podcast genau wie mit der Radiosendung Stavino wollte teilweise einfach mehr Ressourcen frei haben das heißt er hat mehr ja outsourced wenn man so will er hat einfach die Verantwortung eben abgegeben und er hat gesagt hier M-Pox ich find dich cool und ähm du hast es bei Venian auch oder in Zusammenarbeit mit Venian auch gut gemacht und ich weiß du hast hier auch so ein Team hinter dir und ich geb dir die Möglichkeit mit diesem Team diese Seite Just Gaming neu aufzulegen das was damals einfach so eine Art ähm ähm ja Spiele Reviews waren ja also äh ja Stavino Game Tests die kannst du jetzt in eigener Form mit deinem Team aufbauen ich geb dir in dem Sinne halt hier ich stell dir die Ressourcen zur Verfügung du arbeitest in gewisser Weise für mich so und dann haben die das gemacht und es hat auch gut funktioniert man muss dazu sagen hinterher in diesen WoW Nächten war es aber auch so dass irgendwann man hat auch gemerkt die hatten auch irgendwann kein Gesprächsthema mehr heißt also es wurde irgendwann auch kompliziert und dann wurde also auch das Thema Just Gaming auch innerhalb der WoW Nacht immer beliebter Mpox war mal immer des Öfteren dabei aber eben auch die die Clique von ihm jetzt muss man dazu wissen dass zu dem Team von Mpox damals dieser Just Gaming dem Just Gaming Team was es heutzutage immer noch gibt zu teilen weil die kennen sich jetzt seit gefühlt über 15 Jahren oder so auf jeden Fall schon lange ja nicht 15 Jahre mindestens 10 Jahre auf jeden Fall und da waren halt ein paar Konsorten dabei die nicht einfach waren und Stavino hatte ein Problem damit mit ein bisschen der Art und Weise also der der Yannick so hieß er damals der hat halt ein paar Sprüche rausgehauen die waren sag ich mal nicht so Mainstream-like man hat gemerkt es hat da so ein bisschen so auch Stress gegeben das hast du einfach rausgehört Stavino hat das nicht immer so cool gefunden und vor allem Mpox hat halt damals immer wieder angesprochen ja ihr WoW-Leute ich mein Mpox ja war einer der der größten WoW-Spieler damals im deutschsprachigen Raum also der der hat den Classic halt komplett durchgenerdet aber irgendwann war er halt aus diesem WoW sag ich mal dieser WoW-Szene ein bisschen raus und hat sich halt eher diesem allgemeinen Gaming eben ja verschrieben und als er mit seinem Team halt da war und es gab ja auch immer so Sondersendungen oder irgendwelche so Mitmachspiele und so weiter und da weiß ich noch wie Mpox meinte ihr mit eurem WoW und Blizzard ihr kennt ja nur Blizzard und ihr kennt ja nur zum Beispiel nur die die Musik aus dem Blizzard-Spielen und nicht irgendwie was so das allgemeine Gaming anbelangt und man hat gemerkt dass Stavino da schon so ein bisschen Probleme mit hatte trotzdem haben die sich gut verstanden aber das Hauptproblem war glaube ich dass halt dieses Team dass das Evil-Fistavino glaube ich hinterher einfach nicht mehr das war was er eigentlich haben wollte genau ja ja Marvin schreibt es gerade nochmal mit dem Recht irgendwie das beide Seiten das halt so sehen und ja finde ich halt es ist halt auch es ist ja auch kein es ist ja nicht verwerflich dass beide halt gesagt haben irgendwie es passt halt nicht nur dieser Krieg zwischen den Communities der war damals einfach unschön und der der hat auch nicht wirklich dazu beigetragen finde ich der hat das eher schwierig gemacht das Ganze und jetzt kommt aber ein Punkt der für Stavino halt den hat er also das fand er damals sehr sehr schade und als halt Just Gaming irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert hat oder auch ist man weiß ja natürlich nicht man hat das ja auch nur so am Rande mitbekommen auf jeden Fall gab es halt ein Problem und dann hat Stavino hat Venian gesagt ey hier Mpox du machst ja gar Just Gaming ich möchte jetzt aber sowas machen wie das Just Network also sprich er möchte Venian ausbauen es soll nicht mehr nur auf WoW ausgelegt sein sondern er möchte mehrere Spiele haben und er wollte ein Netzwerk aufbauen und dieses Netzwerk Teile dieses Netzwerks ähm sollte darum sollte sich in dem Mpox mit seinem Team kümmern also sprich er hat Mpox den er eigentlich entdeckt hat danach ist dann ja Mpox mit seinem Team dann zu Stavino rüber aber er hat den dann in dem Sinne wieder ja abgeworben wenn man so möchte und dieses Zurückholen das hat Stavino damals extrem getroffen das hat richtig viel Stress gemacht und das ist auch einer der Gründe warum auch jahrelang auch Mpox ähm und Stavino sich nicht so gut verstanden haben einfach weil das hat Stavino so schnell nicht vergessen das darf man nicht also das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt dieses irgendwie Vanyan macht eigentlich genau das was das Just Network ist in gewisser Weise und baut auch ein Team auf und macht einfach auch mehrere Seiten als Netzwerk und er holt halt den zurück aus seiner Sicht beziehungsweise er wirkt den halt ab jetzt kann man sagen ja so ist es halt es ist ja auch damals eben auch sein Business gewesen und hier könnte man wieder sagen seit Business aber aus Stavino's Sicht war das damals echt nicht so geil ja ja ich weiß Mali du bist nicht der größte Stavino Fan aber aus Stavino's Sicht war das halt fast schlimmer als als wenn der gesagt hat irgendwie ja er macht halt sein eigenes Ding und das hat so ein bisschen dazu beigetragen das hat die Fronten halt noch mehr ähm verhärtet ich verstehe also man kann sagen ja er hat ihn entdeckt er darf ihn zurückholen klar auf der anderen Seite als er ihn entdeckt hat war ja Mpox einfach nur einer der ein Video eingeschickt hat so es hört sich nach Kindergarten an ja in gewisser Weise war es das halt auch aber es ist halt ein wichtiger Aspekt wir sprechen ja über Venin und da muss man halt auch einfach mal die die unschönen Seiten ansprechen aber okay gut so hier habt ihr noch mal ein ähm Video unter anderem jetzt können wir noch kurz durchgehen äh genau ich glaube ich habe das sogar müssen glaube ich sogar hochgehen ich glaube ich habe das sogar chronologisch hier oder genau hier also WoW Nacht so WoW Szene präsentiert genau Venins Last Journey das war dieses Projekt damals zwischen oder ähm also Stavino und Venin haben zu ich glaube Cataclysm ne das war WTLK oder Last Journey war das nicht irgendwie vor Cataclysm bevor die die Welt neu in dem Sinne kreiert worden ist oder neu geformt worden ist durch Blizzard haben sie glaube ich so eine Art Gildenprojekt auf die Beine gestellt ich glaube es war in WTLK noch ich bin mir nicht mehr sicher ist ja auch scheißegal auf jeden Fall dann hat es halt angefangen ja also man sieht halt WoW Szene de präsentiert Interview Great Shop so ja sag ich es mal nicht können die Leute ja im YouTube Video selbst lesen was du geschrieben hast mal geschrieben hast so wichtig ist hier sieht man es nochmal das war ein Interview ich war live dabei ich weiß noch ganz genau beziehungsweise live dabei konnte man nicht sein ich wusste dass dieses Interview kommt das war nach dem World Second Kill da by the way war unser Derek dabei der war also Derek hier ja unser Raid Lead war bei dem Kill dabei der hat World Second Lich King 25 mitgemacht der hat damals Rassadrood gespielt ja der war dabei und Great Shock wiederum war der der Raid Lead von For the Horde so wobei warte mal nee das Video war vergiss es nein es war falsch das war das war nach ähm wobei doch klar der hat doch hier die ja doch das war der World Second Kill richtig weil der hat die Waffe von Lich King 25 er hat so kaum aufholst safe ah ist wirklich so also er hat es mir echt erzählt also er war damals dabei und ähm ich weiß noch wie wenn ihr halt dann mit ähm ihm halt das ähm Interview oder warte mal von wann ist das Video 2.10 ja es war WTLK oder ja muss gewinn sein ja genau es war WTLK das war hier Lich King ähm ich weiß mal wenn Derek war früher dabei gut dabei das ist richtig auf jeden Fall weiß ich noch wie dieses Video erschließt worden ist und ich zum Beispiel habe dieses Video aber auf seinem also wenn ihr in EU auf dem Kanal geschaut und nicht auf WOW Szene aber hier steht WOW Szene de präsentiert so das war natürlich wichtig dass es drin steht und ich meine hier ist auch noch die Werbung hier ist noch die ist da noch die Werbung drin ne ok ist nicht mehr drin ich weiß auf jeden Fall noch ähm das war ein sehr cooles Interview ich hab das sehr gefeiert und da waren halt die beiden das ist der Raidlead gewesen Great Shock und Arion das war glaube ich der Ende Offices auf jeden Fall genau so und dann ging es halt weiter also das war scheinbar hier WTLK das war dann das Ende von WTLK das war kurz so Cataclysm das war also zu einer Zeit eben als dann auch schon diese ähm Cataclysm hier die Beta Show dann anfing hinter hier genau und dann hat es angefangen mit FragVenion das war eines seiner ersten Formate werde ich auch nie vergessen das hat er halt dann da hat er den Blog halt genutzt ja oder die Seite genutzt damit die Leute Fragen stellen können und hat dann darüber gesprochen so und man kann halt jetzt schon sehen das war 2010 da hat er ja trotzdem schon langs also die Seite ist halt immer bekannter geworden immer größer geworden natürlich auch weil eben Venion eben auch durchs durch die WoW nach 2.0 eben auch bekannter geworden ist das heißt er hat das halt eben auch für sich genutzt so gehen wir mal weiter hier dann ähm das mache ich jetzt nicht an weil das ist von Equitas ein altes ähm Musikvideo war Tobi hält ihn gefangen ja auf jeden Fall ich habe nichts anderes zu tun genau und dann hier wir können mal reinschauen nochmal in seine Beta Show werde ich auch nie vergessen der Tag als Deathwing starb ich meine ich hatte das gerade ein bisschen es wäre besser gewesen wenn ich es chronologisch gemacht hätte aber ist egal wir bleiben jetzt chronologisch ab jetzt passt es dann so das war hier das Intro man muss sagen das Intro damals das Intro damals hat der Grain der jetzt für Azeroth Adventure zuständig ist Andi der hat das äh das äh der hat hier das Intro gemacht er hat sowieso fast alle Intros dann im Laufe der nächsten Jahre gemacht hätte ich nie vergessen ich glaube es war ein Wettbewerb ich glaube dadurch ist Grain überhaupt auf ähm auf Vanion Aufmessern geworden weil es war glaube ich ein Wettbewerb und er wollte dass man für die Vanion Beta Show ein Intro kreiert und ich glaube Grain hat damals gewonnen und ist dadurch dann Teil des ähm des Netzwerks geworden und dann hat haben die halt viel zusammen gemacht unter anderem hat dann Grain zum Beispiel die die Wildstar Seite gemacht vielleicht kennt ihr sie noch äh wie hieß sie nochmal das war die einzig große Wildstar Seite im deutschsprachigen Raum er ist halt einfach durch Vanion eben letztlich dann eben ja ins Netzwerk gekommen und letztlich eben jetzt der der allein der alleinige äh Inhaber jetzt von ja Vanion EU 2.0 Ja in der Wirklichkeit Geld zu sparen ja aber die Leute hatten Bock drauf und ich hätte auch nie vergessen halt durch diese Beta Shows er hat das auch achso das muss man dazu sagen das ist auch so ein Ding das kann man auch sehr kritisch sehen er hat ja diese Beta Shows gemacht und er hat nicht nur diese Kataklism Beta Shows gemacht sondern er hat das auch gestreamt und er war natürlich auch Vanion war halt nie dumm er hat halt den Stream um 18 Uhr angemacht und um 20 Uhr war die WoW nach 2.0 heißt also die Leute sind in den Stream gekommen und sind einfach geblieben das heißt er hat die einfach an sich gebunden weil sie ja wussten oh guck mal in zwei Stunden kommt der WoW nach 2.0 die Audio ähm hier der Audio Stream dann und von daher dann kann man doch direkt mal hier bleiben und so ein bisschen so eine Art Pre-Show zur WoW-Nacht also auch das hat er halt genutzt also er hat halt genau diese diese Cataclysm Berichterstattung hat er benutzt ähm um bekannter zu werden ist halt einfach so gut ähm genau und dann geht's hier weiter mit ja genau Adblock mich äh Thematik Adblocker werde ich euch nie vergessen ich habe damals einen Tobi Quassel dazu aufgenommen zu dem Thema Adblock warte mal wir können es mal kurz raussuchen wo ist es und da habe ich unter anderem unter anderem darüber gesprochen dass halt so Seiten wie eben ähm Savinius also wie Savinius Blog oder eben auch wenn EU dass die halt nur dann zu halten sind wenn eben die Leute ihren Adblocker ausmachen warte mal wo ist es hier Adblock irgendwo ich habe da auf jeden Fall drüber gesprochen wie hieß es denn jetzt wieder Adblocker irgendein Tobi Quassel gab es auf jeden Fall dazu äh sitzt man hier irgendwo ich weiß gerade nicht auf jeden Fall habe ich darüber gesprochen das habe ich nicht vergessen aber eines der ersten Tobi Quassels so und jetzt sieht man halt mal wie sich die Seite dann verändert hat ja wir haben am Anfang haben wir das ist jetzt hier noch www.szenen.de ja also die sein äh hässlich äh so hässlich und hier oben sieht man halt das ist glaube ich die WoW Nacht oder genau das ist Radio genau ja genau das war hier die Radio und äh jetzt sieht man das halt ja hier hast du WoW Szene Just Network und hier hast du dann die neue Venue U Version so ungefähr hier die hat es hier gerade eingeblendet wo war es da kommt es noch ok Warhead ja genau und so sieht dann halt oder sah da hinterher halt Venue U aus ja also wir hatten immer noch dieses Lieder ne ich finde immer noch dieses ich weiß nicht ich finde diese alten Designs von Venue U immer noch am schönsten also dieses ganz cleane aber man sieht eben auch hier MOGA waren halt war hinterher der Sponsor nicht nur von Stavino sondern eben auch von Venion und ähm ja aber hier war es noch so das war ist noch relativ frisch das heißt hier gab es noch nicht das ähm das Netzwerk das kam erst später zu Plan G genau ich sehe es gerade muss ich ansprechen genau und Plan G war dann auch so ein Talk also er hat dann auch so ein eigenes ähm das Podcast Format ist falsch aber also seinen Podcast damals gab es noch nicht Plan G war zusammen mit MPOX das muss glaube ich noch vor der Just Gaming Zeit von MPOX gewesen sein er hat ja so eine Art irgendwie Gaming Talk zusammen mit MPOX gemacht das war auch so eine Art glaube ich Sendung in der Woche ich weiß nicht mehr wann ich glaube am Samstag oder so ich bin mir nicht mehr sicher auf jeden Fall Plan G ich glaube die haben dreimal das Ganze gemacht habe es dann glaube ich eingestellt das war auch ziemlich lustig damals genau und dann ging es halt um Adblock und da hat er gesagt irgendwie wie wichtig es halt ist dass die Leute ihren Adblocker ausmachen man kennt die Thematik ist ja nichts Neues dann haben wir hier fragt den Edeschar mir hat er halt angefangen irgendwie weil er eben auch die Connections hat hat er angefangen irgendwie die die krassen Spieler irgendwie ähm in die Talks zu holen für Guides und so weiter und dann ging es weiter hier Vanyons WoW News der Woche ja und dann hat das halt alles so langsam angefangen neue Features genau dann sieht man hier wie sich dann Vany.eu immer mehr verändert hat ich bin der Meinung dass einfach dieses neue Liederne das hat mir nicht so gut gefallen also ich finde das nicht mehr so geil zum Beispiel das hier ich weiß nicht ihr habt es vielleicht damals auch so empfunden aber ja man sieht hier ja Vany.eu News Guides Blue Tracker Home and Despair in Harmony ich weiß gerne warum Home and Despair da steht ähm dann Livestream also hat sich auf jeden Fall die Seite jetzt langsam verändert und hier sieht man das jetzt sehr gut wir hatten jetzt nicht mehr nur Vanyons sondern wir hatten World of Warcraft wir hatten Diablo 3 und jetzt kommt's wir hatten Guild Wars 2 wir hatten Star Wars The Old Republic und wir hatten eine Seite zu Tera also er hat dann halt angefangen dieses Netzwerk auszubauen und er sagt halt oder hat Jahre später gesagt das war das dümmste was er machen konnte also diese Guild Wars 2 Seite gibt es bis heute ähm die heißt Guild wie heißt die noch könnt ihr auf jeden Fall googeln der Typ hat das richtig gut gemacht und ich glaube der ist jetzt ihr kennt doch meinmo.de oder und er ist einer der der Redakteure also der hat er der hat das so gut gemacht dass der heute glaube ich der Redakteur ist genau ja Wildstar kam erst später Wildstar kam ein bisschen später äh genau aber Diablo 3 ich werde nie vergessen die Diablo 3 Seite in seinem Netzwerk Gott ey Diablo 3 Classic schön zur Zeit ich hab's geliebt okay so dann ging's weiter hier World of Vanyons World of Vanyons ist halt auch so da ist er so langsam aber sicher ist er ein bisschen dann größenwahnsinnig geworden also World of Vanyons ist dann doch so ein bisschen too much gewesen dann ging's hier weiter Vanyons Diablo 3 Beta Show auch so geil gewesen so genau die Beta Show ich weiß auch noch irgendwie was konntest du in der Beta machen ihr wisst es noch oder man konnte immer nur bis zum König laufen den umhauen dann war die Beta wieder vorbei aber du konntest halt 10 Millionen Mal immer wieder von vorne ich hab's geliebt ich hab die Beta ich weiß nicht die auch die ich diesen scheiß König da umhauen hab du findest die Designs hässlich ich weiß nicht ich fand dieses erste dieses richtig schöne lila ich fand das richtig angenehm eigentlich guck mal wie hier Diablo 3 noch aussieht by the way was ich jetzt erst also hier die die Runen das wusste ich gar nicht mehr die ist so geändert interessant egal oh yeah schön war's Utility egal so gut das heißt das war dann Diablo 3 er hat also das gemacht und dann ging's hier weiter dann wenn EU Adventskalender Erklärung Xbox Kalender genau dann ach das kennt ihr das mit dem ich kann's jetzt leider nicht abspielen aber dann ging's um ne SOS und dann sollten die Leute so ne SOS Song aufnehmen um einen Beta Key zu bekommen für ich glaube Cataclysm oder sowas also was noch Cataclysm ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall und da haben die oh das war so cringe und da haben einige Leute so ne SOS dieses wie heißt nochmal dieser Song hm Bob hm hm Bob und da war so jetzt irgendwie hm SOS hm SOS das war unglaublich cringe das war unglaublich anstrengend eigentlich aber irgendwie auch das war Vanion so und dann hat's angefangen mit Let's Play da weiß er irgendwie komm er geht in die Let's Play Richtung mit Sputti ach ja Sputti war derjenige der hier die Guild Wars 2 Seite gemacht hat und wie gesagt geht mal auf meinmo.de der ist da immer noch irgendwie federführend also das ist wirklich der hat das richtig gut gemacht genau ach ja genau dann das war hier für Mist of Pandora für den Beta Key war das irgendwie so Nuisance egal whatever dann Vanion sucht dann ging's weiter hier Vanion über Comments auf Vanion dann und ich muss sagen ich schmunz halt immer wieder aber das ist halt so auch das war typisch Vanion Stavino hat zu jeder größeren Sache hat der so ne Art irgendwie Release Show gemacht unter anderem zu Diablo 3 natürlich zu Star Wars The Old Republic und was hat halt Vanion der ja eigentlich nie so der größte Diablo 3 Spieler war damals was hat er gemacht Diablo 3 Countdown mit Barlow Drunken und Vanion aber ich muss sagen ich bin froh darüber dass es gemacht hat weil daraus ist etwas also mit der beste Content geworden den ich je hatte nämlich kennt ihr dieses underskilled and overgeared falls ihr das nicht kennt alter Schwede die ersten folgen underskilled and overgeared vor allem Barlow dieses sehr nüchterne dann der total verplante Vanion und Drunken der so unglaublich geile Sprüche rausgehauen hat und meistens wenn ihr eigentlich nur geflamed hat ich werde es nie vergessen underskilled and overgeared habe ich geliebt leider haben die Cynthia glaube ich ab der zweiten Staffel eingestellt aber die erste Staffel es war so schön ja es ist halt echt es war so schön anders gilt overgeared es war wunderschön genau und als das halt vorbei war dann hat er endlich wieder verstanden dass er etwas hat was sonst keiner in der wo 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 ich das ist so ein bisschen einfach sein sein ähm Kernaspekt vielleicht sogar seine Kernkompetenz Raytalk und er hat eingeführt den Raytalk das war etwas werde ich nie vergessen ähm als er halt wirklich dann die großen Leute irgendwie der großen Gilden aus TS geholt hat hier und ähm den ersten Raytalk benutzt äh keine Ahnung auf die Beine gestellt hat es war so geil ich habe diese Raytalks einfach geliebt vor allem man muss wissen er erkannte ja auch ein bisschen die Hintergründe und durch diese Raytalks ist ja dann auch Kimo letztlich dann eben auf Vanian Aufmessern geworden und es gab diese ganzen Drama Sachen zwischen den Gilden und vor allem Kimo war halt jemand jemand damals der sehr auf Drama aus war der hat sehr gestichelt und die haben sich teilweise richtig fertig gemacht in diesem einen Mist of Pandaria ich glaube das ist der sogar irgendwie ich kann es leider nicht reinhören weil ich mir nicht gehört aber alter Schwede die haben sich so zu Tode geflamed das war richtig richtig böse und ihr kennt ja Kimo ihr wisst ja dass das nicht der Dünnste ist und dann kamen halt so Sprüche von ich glaube Quincy nach dem Motto ja Kimo geh du erstmal Burger fressen das ist teilweise richtig eskaliert aber und hier auch wieder Vendian er wusste dass es Drama gibt und er wollte dieses Drama haben weil es eben einfach Klicks waren ja er wusste der Raytalk bedeutet unglaublich viele Zuschauer im Stream und letztlich eben sehr viele Klicks auf YouTube und er hat das halt einfach genau dann eben auch ausgenutzt und teilweise ist es einfach ein bisschen eskaliert aber ich hab es gefeiert ich hab jeden Raytalk ich hab diese ganzen Besprechungen im Extrem gefeiert genau so dann hat er angefangen Projekt Gilde er hat eine eigene Gilde dann aufgestellt das hab ich auch nie vergessen so das hat sogar ganz gut funktioniert irgendwie also hinterher mit seiner eigenen Gilde das ging eigentlich ganz gut aber okay so dann ging es weiter mit Vendian mit die Launch genau das war dann der Miss of Pandaria der Release mit Barlow und Drunken wieder und man muss sagen Stavinho war da auch wieder pissig weil Barlow ist ja eigentlich durch Stavinho ich mein Barlow kannte man vorher schon aber warum kannte man Barlow wegen Alimania und wer hat Alimania auf die Beine gestellt wer hat das ganze gegründet Stavinho das heißt für Stavinho war es halt immer schwierig dass halt Barlow und Drunken mit Vendian was gemacht haben als die beiden Communities verfeindet waren das war halt auch nicht so einfach aber so war es halt so dann ging es halt weiter hier Vendian spielt WoW und labert vor sich hin man könnte es auch in Let's Play nennen werde ich auch nie vergessen genau und hier die MWPG Show mit Barlow Mpox und Vendian ja aber nicht in nicht in WoW Terms ja man kannte Barlow durch Giga das stimmt aber nicht im Hinblick auf WoW also im Hinblick auf WoW war es halt vor allem Alimania genau dann hat er mehrere Talks gehabt und so weiter und so fort dann gab es dieses Vendian Live Format dann wieder Raytalk das ist by the way hier der Raytalk äh den müsst ihr euch anhören ich kann es euch nur empfehlen da ist es komplett eskaliert die haben sich so zu Tode geflamed und Kimo war auch richtig richtig übel der hat das Jahre später hat er den Raytalk nochmal in seinem Stream nochmal besprochen also da ging es richtig zur Sache werde ich noch nie vergessen genau und dann ging es weiter dann hat Vendian gedacht oh komm mal hier eine gute Idee und da wollte er was ganz Großes auf die Beine stellen ist komplett also es ist sowas schon schief gegangen das ganze ist Heroes seine Idee war er wollte so eine Art neues Social Media also ich meine jetzt man lacht drüber aber er meinte es damals echt ernst er wollte so eine Art soziales Netzwerk für WoW-Spieler irgendwie auf die Beine stellen und dieses Superhero war so eine Art Sub-Modell also du konntest halt subben so ich war damals einer der Sub der Superheroes also ich hab auf jeden Fall gesubbt das weiß ich noch aber nicht so lange hier ja und da hast du also er hat in gewisser Weise war das seine Idee er wollte halt das ganze ach by the way Arkship so hieß die Wildstar-Seite egal er wollte halt versuchen eine Art Netzwerk aufzubauen er wollte so eine Art soziales also in Richtung Social Media mehr gehen und er wollte das ganze irgendwie refinanzieren und deswegen war die Idee die Leute können ja über Superheroes können sie halt letztlich dann irgendwie das ganze unterstützen und so weiter und so fort ja 36 Euro Schnäppchen genau und für diese gesamte Aufmachung hier das hat alles Grain gemacht also Andy der hat das alles eigentlich designt hier weil der auch dann auch ein bisschen das Know-how eben hatte ja okay die Blogs von ihm die WoW-Blogs stimmt die Klassen-Blogs die waren von von Balo selbst da gebe ich dir recht so also die Heroes ich sag mal so nett gedacht hätte was cooles werden können aber am Ende war es kacke so dann hier Valiant Ray Talk hier mit Kimo da habe ich das erste Mal Kimo als Cam gesehen muss ich dazu sagen dann hier da war nicht mehr sein Sponsor war nicht mehr M-O-O-G-A der war jetzt G2A habe ich auch nie vergessen äh genau und dann das war so typisch Vanion da hat er hier einfach einfach von TS einfach das so eingeblendet wer gerade spricht irgendwie Fearings T-Cain genau T-Cain ich vermisse T-Cain das war ein cooler Typ muss ich sagen das hier ist Kimo falls man ihn noch nicht kennen sollte beste Kammer auf jeden Fall da wusste man aus ihm wird auf jeden Fall ein großer Streamer ähm ne aber das war cool also ich hab das sehr gemocht aber wenn man sich das hier anguckt irgendwie du hast so zwei große Webcams und da hast du irgendwas im Hintergrund davon siehst du auch nur die Hälfte es ist so es ist cringe gewesen ich bin ehrlich also geil ist das nicht wenn du so riesige Webcams hast okay egal es geht dann weiter hier Gamescom 2015 genau da da jetzt so langsam aber sicher wurde halt auch wenn in der EU wirklich auch ich glaube ein paar Jahre später war es ja dann auch wirklich eine offizielle ähm WoW Fanzeit und da konnte er dann auch eben auch dann Interviews führen und konnte zu der Gamescom und vor allem auch zum Disccom ja natürlich ist das gut dass er es eingeblendet hat aber das mit diesen beiden großen Webcams naja dann hier der Wendin EU Nerd Podcast so dann hat er angefangen Podcast zu machen er hatte aber vorher schon einen Podcast mit wie hieß der nochmal hab ich geliebt den Podcast mit dem Raid Lied oder dem wie hieß die Gilde nochmal er hatte auf jeden Fall einen Podcast damals mit dem Raid Lied ach Xass genau falls ihr es noch kennt Wendin und Xass die haben Podcast gemacht war richtig gut hab ich geliebt aber irgendwann hatte Xass keine Zeit mehr und dann hat er irgendwie dann einen neuen Podcast aufgenommen und so war dann nicht mehr so geil dann hat er angefangen Let's Plays zu machen aber nicht mehr WoW sondern eben auch andere Spiele unter anderem hier das hab ich auch geliebt das hab ich gespielt das Spiel ähm hier Game Laden war hinterher dann sein neuer Sponsor genau Rise of the Tomb Raider ich hab's geliebt ich hab da auch irgendwie 30 Videos so irgendwie auf YouTube hochgeladen war jetzt richtig toll das Spiel aber bei ihm war's halt so er hatte nur so ein paar ähm ja paar Mal das Ganze hochgeladen war's auch wieder vorbei das hier war da war er mit M-Pox dann hinterher auf ähm der BlizzCon glaub ich weiß nicht sieht man hier sieht man M-Pox im Video Moment ja genau aber man sieht M-Pox nicht er hält's einfach nur in die Kamera irgendwie ja genau aber das war geil oder guck mal wie schön das damals war hier dieses ah also da hat also ich mein es gibt ja viele Hater und so aber ich würd sagen da hat zum Beispiel noch Interesse daran dass das Ganze noch auf hochwertig ausgelegt war war schön diese Goodie-Backs und so genau war auf jeden Fall mit M-Pox auf dem BlizzCon genau dann ging's halt weiter hier mit Deep Shades klärt auf darum hab ich Serenity verlassen war auch schön genau und ja jetzt sind wir durch ähm also ich hab hier angefangen und war nicht chronologisch aber ist ja auch nicht so schlimm ich find's auch wenn ich an Vanyan denke ich vermisch noch teilweise die Zeiten ich weiß noch nicht mehr genau war das jetzt mit Syvenion zusammen war das mit M-Pox zusammen war M-Pox da irgendwie beim Just Gaming oder es war einfach so ein hin und her und letztlich und das ist mir das ist jetzt so zum Ende des Podcasts mir wichtig Vanyan hatte immer einen Traum im Hinblick auf seine ähm seine Website und so weiter er wollte dass dieses World First Race dass das halt mal wirklich gestreamt wird dass du zumindest auch vielleicht ohne Ton aber dass du zumindest den Top-Gilden der Welt dabei zuschauen kannst wie sie die Bosse spielen zu dem Zeitpunkt als er davon gesprochen hat war das absolut unrealistisch weil keiner hatte darauf Bock und sowas wie die Idee von Massage gab's halt damals noch nicht und ähm werde ich auch nie vergessen dass als angefangen hat so nach dem Motto ähm das war ja dann in in BFA in Uldia als das Ganze angefangen hat da hat Vanyan das nicht mehr miterleben dürfen das ist irgendwie eine traurige Erkenntnis aber so war's halt letztlich und was man noch festhalten muss er hat dann ja ähm Jahre später irgendwie mit ähm Kimo zusammen hier diesen äh dieses ähm was jetzt MDI ist damals hieß es Mystic Dungeon nicht Invitational sondern äh wie hieß es denn MDI Mystic Dungeon Inter ne es hieß erst Invitation hinter International oder egal auf jeden Fall haben die es beide halt kommentiert und er hat das halt alles aufgebaut und er hatte da wirklich große Pläne und er ist halt ähm Benjen verstorben und dann hat halt Kimo gesagt okay man kann halt von Kimo halten was man möchte ich nehm's ihm ab weil Kimo war damals sehr sehr am Boden er war ja auch auf der Beerdigung und so weiter und es waren halt wirklich hinterher gute Freunde und äh er hat halt gesagt Benjen ich verspreche dir dass egal was ist ich werde so nach dem Motto deine Legacy dein Vermächtnis fortführen ich werde zum Beispiel den Raytalk beibehalten und ich werde auch ähm dieses MDI weiterhin im deutschsprachigen Raum halt casten und ja Raytalk macht Kimo leider schon längere Zeit nicht mehr also schon lange ich weiß nicht wann war der letzte Raytalk schon Ewigkeiten her und äh MDI macht er halt noch aber okay ist auf YouTube ja das war's mit Svenjen wir vermissen dich oder du fehlst uns also ich hoffe für diejenigen Leute also für diejenigen die nicht wussten dass oder die vielleicht geglaubt haben dass das wie es jetzt bei Svenjen U in den letzten sagen mal ein zwei Jahren war der Fall war die geglaubt haben das ist der alte Svenjen gewesen nein also Grain macht es gut der Andy aber ich finde auch gut dass halt irgendwann Svenjen U nicht mehr Svenjen U heißt oder dass sie eine neue Seite aufmachen weil ich finde einfach Svenjen U war Vanyons Ding und ich hab immer auch ein Problem damit gehabt letztlich dass es halt einfach weit also weitergeführt worden ist jetzt kann man natürlich dazu sagen ja alles neu aufzubauen hätte Ewigkeiten gekostet und so und viel Geld ist für euch ja okay wenn es in Richtung World First Race und den Stream geht das stimmt das haben andere Gilden schon gemacht das haben vor allem chinesische Gilden damals gehabt aber muss dazu sagen dass das Ganze niemals so groß geworden wäre wenn einfach nicht eben Sco das Ganze eben dann wirklich professionell auf die Beine stellen wollte also ohne Method hättest es das nie in der Form so gegeben also die haben da einfach sehr viele Ressourcen reingepackt so das war es damit falls ihr jetzt noch irgendeine Anmerkung habt dann bitte jetzt schreiben sonst würde ich den Podcast jetzt beenden und dann mache ich eine kurze Pause und dann geht es weiter mit Siren Horizont 80er Jahre da muss ich mich ein bisschen noch drauf vorbereiten also dann mache ich noch eine kleine Pause vor 14 Minuten ja das stimmt Scootback hat damals gestreamt ja habe ich damals auch gefeiert ich weiß noch in Miss of Pandaria hier in Throne of Thunder die Streams war überragend habe ich sehr sehr gerne geschaut aber man darf nicht vergessen das waren nicht die World First Gilden die World First Gilden zu dem damaligen Zeitpunkt haben das Ganze nicht gestreamt also nicht das World First Race das waren Gilden die ich weiß nicht im Top 20 Bereich vielleicht gestreamt haben Top 20 Welt aber eben nicht höher und definitiv nicht die zwei oder drei besten Gilden der Welt von daher ja schwierig okay das war's damit falls ihr nichts mehr haben solltet ich muss jetzt irgendwas trinken ist wieder lang geworden Ding ist ich glaube ich nur noch 40 Minuten irgendwie glaube ich im März zur Verfügung hier also muss ich wieder drauf zahlen okay man kennt's in Ordnung vielen Dank fürs Anhören ich hoffe es hat Spaß gemacht das war so ein bisschen die Geschichte zu Venion und nochmal der Blick in die Vergangenheit aber ich hoffe euch hat's gefallen auch die Leute die das hier im Nachhinein hören macht es gut und bis zur nächsten Tobi Klasse Ausgabe ja Karl schreibt gerade noch die Domains zu ändern wäre wirtschaftlich dumm gewesen ja ist richtig vor allem ein YouTube Kanal ein YouTube Kanal wäre schwierig gewesen sich ähnlich vielleicht gab es ja auch eine Absprache vielleicht hat ja Vendian auch gesagt irgendwie egal was passiert irgendwie hier andy führ das Ding fort und von mir aus nutz all meine Ressourcen die du zur Verfügung hast kann ja gut sein aber ich find's halt ich find's gut dass das ganze jetzt nicht mehr Vendian Ubald heißt also ich persönlich find das so schöner ok das war's mit Tobi Klasse 165 zu Vendian hat Spaß gemacht vielen Dank auch vielen Dank an die Pause ich ich lasse ein bisschen Musik laufen und gleich geht's weiter mit Serienhorizont und dann by the way werde ich nebenbei einfach ein bisschen zocken ich werde Baby Classic ein bisschen spielen und ja das ist vielleicht auch ein bisschen interessanter zum zuschauen wobei dadurch dass wir uns die Videos angeguckt haben glaube ich für die Leute die nur Podcasts hören die können ja zumindest dann irgendwie sich dann den Link nochmal anschauen und dann die Videos sich nochmal in Gänze angucken und vor allem ich kann es nochmal empfehlen schaut euch unbedingt den Raid Talk zu Mr. Pandaria an was da zwischen den Gilden abging alter Schwede das war Eskalation pur ein Highlight macht's gut und bis zur nächsten Ausgabe von Tobi Krassel Tschüss